Hallo meine Lieben, ich bin Sowie Thomas aka Sparkojote, heute mal etwas Real Talk und ich möchte über ein Thema sprechen, das denke ich mal viele vielleicht auch interessieren wird und ja also für mich ist es tatsächlich auch ab und zu mal schwer über verschiedene andere Themen zu reden und zwar ist es ja nicht immer so, dass alles gut läuft, alles läuft richtig geil und man ist immer im besten Mindset, man ist immer top motiviert, ja es schaut ab und zu so aus in meinen Videos und das habe ich schon öfters gehört, hey und da fragen die Leute, hey Thomas wie machst du das, wie bist du immer so motiviert, wie kannst du immer so richtig Vollgas geben oder wie kannst du so richtig die ganze Zeit hustlen oder wie kannst du immer wieder Leuten auf Facebook Marketplace schreiben um Dinge zu kaufen, weil ich bekomme immer nein oder schlechte Deals, dies, das und mir ist aufgefallen und das ist sehr sehr unbewusst halt auch, grundsätzlich ist es ja so, dass man oder dass ich zumindest nur Videos mache, wenn ich in der Stimmung dazu bin, um Videos zu machen und nicht einfach Videos mache, wenn ich einfach keinen Bock drauf habe Videos zu machen, ja und das war eine sehr lustige Beobachtung, die ich gemacht habe, die aber selbstverständlich eigentlich sein sollte, weil man macht ja keine Videos, wenn man gerade traurig ist oder ich zumindest nicht, ja also ich mache zum Beispiel keine Videos, wenn ich traurig bin, wütend bin, sondern meistens mache ich Videos, wenn ich gerade happy bin, motiviert bin, Spaß habe und dann ist mir halt einfach aufgefallen, dass dann klar ist, dass es so rüberkommt, dass es einfach immer ultra gut bei mir läuft, ja auch wenn dem nicht so ist, ja und also ich fühle mich jetzt in Stimmung Videos zu machen, aber deshalb möchte ich jetzt dann doch so ein Video machen, wo ich halt so ein bisschen erkläre, denke ich mal, oder halt auch aufkläre, dass es auch bei mir nicht immer gut läuft und ich immer Bock habe und einfach so halt ein bisschen auch für ein paar Storys erzählt, dass ihr auch so ein bisschen seht, hey, ich bin auch nur so ein Typ, der ist 23 und der will halt auch mal ab und zu einfach nur chillen und nichts machen oder einfach nur auf der faulen Haut rumsitzen und ja, es gibt dann halt so, ja Momente, wo ich dann halt einfach zum Beispiel wirklich, da sage ich mir einfach, hey, ich habe jetzt absolut keinen Bock, jetzt irgendwie irgendwas zu machen, irgendwas am Webshop zu machen, dann irgendwas irgendwie an, ja, am YouTube-Kanal zu machen oder teilweise auch die Buchhaltung, ja, von meinem Webshop, da ist dann auch so ab und zu dann sage ich mir, boah, ich müsste jetzt die Buchhaltung aufmachen und jetzt irgendwie da noch ein paar Sales eintragen und dann sagen wir, oh, ich mache das erst morgen, sorry, tut mir leid und dann in dem Sinn mache ich dann das halt erst am nächsten Tag, sobald ich wieder arbeite, ja und das ist völlig normal, ja, also gibt es immer wieder mal, also es ist nicht eine Seltenheit, ja, aber natürlich, braucht es dann eine gewisse Balance, oder und ich fühle mich ab und zu auch irgendwie nicht antriebslos, das ist so ein bisschen übertrieben, aber ab und zu auch so, boah, ey, ich habe jetzt gar keinen Bock, ja, ich will jetzt einfach nur, ähm, hinsitzen auf dem Sofa und mir jetzt hier diese Anime-Serie reinziehen oder hier diese Serie reinziehen, Marathon-mäßig und dann, ähm, bestelle ich mir die Sünde über eat.ch und bestelle mir eine Pizza und hier noch das und das und das ist halt ein Tag völlig einfach, äh, unproduktiv gewesen, aber ich sehe das halt nicht als was Negatives an, sondern das zeigt mir halt auch einfach, ja, ich bin halt einfach so, ja, und das muss man halt auch so ein bisschen, äh, akzeptieren, dass man dann auch so ein bisschen auch die Freude daran hat, ja, nicht immer auf 110 zu sein, sondern halt auch mal ein bisschen auf minus 110 zu sein, sprich, äh, als Couch-Potato einfach rumzugammeln, aber, ähm, halt dann auch die Balance zu finden, dass man nicht andauernd, äh, als Couch-Potato rumgammelt und das über Jahre hinweg, das ist so ein bisschen meine persönliche Sicht und, ähm, das ist definitiv so, also ich, ich hab auch mit solchen Momenten, wo ich motivationslos bin zu kämpfen und da bin ich ganz ehrlich, da bin ich glücklich, dass es nicht irgendwie über Wochen oder Monate hinweg so ist, ja, es sind dann wirklich vereinzelt gewisse Tage, so zwei, drei, vier Mal im Monat, also man kann ja sagen, einmal in der Woche, ja, gibt's immer so einen Tag, da hab ich absolut, äh, in dem Sinn oder weniger Bock zu arbeiten oder irgendwas zu machen, das ist, man könnte auch sagen, das ist dann mein Wochenende, ja, kann man auch, ähm, so formulieren und gibt's halt auch, aber manchmal ist es dann sogar so und das ist dann ganz lustig, dann bin ich halt so drei, vier Stunden wirklich so, äh, ihr müsst, ihr müsst euch das mal vorstellen, ja, also ich bin ja immer so in bequemen Kleidung hier draußen oder hier zu Hause und ich chill dann auch so auf dem Sofa, so, mh, und schau so Netflix oder keine Ahnung was, YouTube oder oder mach sonst irgendwas, äh, esse, was weiß ich, äh, hab's einfach gemütlich mach oder mach mal ein Nickerchen und dann irgendwie denk ich mir so, nach zwei, drei Folgen oder vier, fünf Folgen, denk ich mir so, oh ja, ich hab jetzt grad richtig krass gechillt, aber jetzt hat es mir langweilig, ja, und dann kommt mir so, ja, ich könnte ja doch noch irgendwas arbeiten und dann ab und zu, und das ist auch so ein kleiner Funfact, kommen dann solche, äh, YouTube spontanen Live-Streams oder irgendwie schreib einen geilen Blog-Beitrag oder hab dann auf einmal die Idee für ein Video und sagen mir, oh, jetzt hab ich grad richtig Bock auf dieses Video und dann will ich das sofort drehen, ja, das ist so ein bisschen eine Kombination und ich, 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 ich geh so ein bisschen mit dem Flow, ja, ist klar, es gibt ab und zu Momente und die kenne auch ich, man muss sich zuerst mal zu etwas zwingen, zum Anfang und nachher läuft's dann, ja, aber, äh, diese Hürde gibt's auch, ich mach, ich will mich nicht beklagen, ich mach gerne YouTube-Videos, ich mach gerne Blog-Beiträge, ich arbeite gerne am Webshop, aber auch ab und zu muss ich erst mal so ein bisschen mich, äh, ja, zwingen, in Anführungsstrichen, ab und zu mal anzufangen und nach hab ich dann Freude daran, ja, das kennt man so dieses, so, man muss erst mal reinkommen und sobald man drin ist, boah, es geht richtig ab, es ist richtig geil, es macht Spaß und so weiter, ja, und auch ich hab das, ja, also ich bin da nicht ausgeschlossen von irgendwelchen, ähm, Dingen, die ihr ganz normal auch fühlt oder halt auch erlebt, ja, also ich bin ein stinknormaler Mensch, hab da meine Emotionen und äh, bin auch keine Maschine, ja, die 24-7 die ganze Zeit arbeiten kann, auch wenn's vielleicht so aussieht, äh, für eine Person, die jetzt von außen oder nur meine Videos schaut, ja, oder Blogbeiträge liest, vielleicht kommt das so rüber, aber das ist nicht der Fall, ja, und das will ich einfach so ein bisschen auch aufklären, weil, dass man sich da nicht irgendwie falsche Illusionen macht, dass man wirklich so ne, vielleicht gibt's ja solche Leute, keine Ahnung, ja, aber ich bin persönlich nicht so ein Mensch und, ähm, bin auch der Meinung, dass halt auch, dass man, also, dass ich jetzt in dem Sinn Glück, ja, oder glücklich sein höher stelle, als jetzt zum Beispiel der finanzielle Aspekt, ja, klar, ist Finanzen geil, macht Spaß, ich hab's als Hobby, Geld verdienen ist auch cool, vor allem, wenn viel Geld reinkommt, umso besser, ich mein, wer sagt, umso schlechter, wenn mehr Geld reinkommt, ja, ähm, aber ich setz dann doch noch eben dieses Glücklichsein davor und wenn ich dann wirklich so was wie ne Pause brauche oder einfach chillen will und einfach gar keinen Bock drauf habe, dann mach ich halt auch einfach in dem Moment nichts, weil sonst wird dann auch das Endergebnis richtig, äh, ja, kacke schlussendlich, ja, wenn man sich das so überlegt, ja, ähm, das ist mir einfach so ein bisschen aufgefallen, dass, weil ich halt eben eigentlich nur Videos mache, wenn mir danach ist, dass das so rüberkommt, als wäre ich da wirklich so die, die Maschine, Alter, die die ganze Zeit arbeitet, meine Zeit so optimiert und nur noch so richtig krass am Arbeiten ist und darum gehen alle Projekte in, explodieren. Klar, ich arbeite viel, es macht auch Spaß, äh, das, was ich arbeite, aber ich bin keineswegs eben sowas wie ne Maschine, die 24-7 arbeiten kann. Ich will auch meine Freizeit haben, ich will auch meine, also Freizeit, ich will auch meine Chill-Zeit haben, sage ich jetzt mal, oder halt irgendwie relaxen und einfach gar nichts machen und einfach, äh, vorm Fernseher hocken, zwar nicht Fernseh schauen, aber YouTube oder Netflix schauen und einfach, ähm, einfach passiv genießen oder irgendwas unternehmen, was machen, an ne Game Convention gehen, Zurich Game Show war ich da letztens erst mal, übrigens Grüße gehen raus an den Vincent, richtig geil, und glaube ich an den Alexa, wenn ich den Namen nicht, äh, gerade verpennt habe, ich glaube, Vincent und Alexa, richtig geile Sachen, die haben mich sogar erkannt an der Zurich Game Show, haben wir über Investments gesprochen, Reselling so ein bisschen, ähm, und, äh, die beiden waren sehr jung, äh, 18 und sogar, äh, 17, glaube ich, und die interessieren sich auch schon für das Thema Investieren, Vermögens, aber das finde ich richtig geil, dass ich einfach Leute motivieren kann und einfach sich mit diesem Thema zu beschäftigen, weil es einfach ein geiles Thema ist und, äh, das sind dann auch wieder so Momente, wo ich mir dann einfach sage, hey, ich bin da auf dem richtigen Weg, ich motiviere junge Leute und ab und zu wenn es dann halt mal, also wie soll ich sagen, es ist zwar ein Privileg, dass ich machen darf, was ich machen will, aber es ist natürlich auch wie, sowas wie so eine, äh, ein zweischneidiges Schwerz, es ist eine gewisse Verantwortung auch da, ja, und das sehe ich auch tatsächlich und das sehe ich auch immer mehr, je mehr Leute ich erreiche, dass da auch eine gewisse Verantwortung da ist und darum möchte ich jetzt auch mit diesem Video so ein bisschen aufklären, dass, äh, nicht die Illusion herrscht, ja, dass man irgendwie permanent arbeiten, 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 nur Projekte, Projekte, nur Geld, Cash, 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 ja, das ist nicht der Fall, ja, vielleicht kommt es so rüber, aber das ist nicht der Fall und das ist so ein bisschen, habe ich gemerkt, dass vielleicht, ähm, dass, äh, für eben diese, diese Illusion da ist und das möchte ich auf jeden Fall versuchen aufzuklären und Leute, die mich zum Beispiel auch auf Instagram verfolgen, ja, auf Instagram ist viel, viel, äh, da mache ich viel, viel mehr, ähm, einfach so Random-Stories als jetzt Videos und das hat teilweise überhaupt kein, also, ist blöd gesagt, mehrwerttechnisch teilweise inhaltslos auf Instagram, ja, weil das ist halt auch wirklich, was mache ich gerade heute am Tag, ja, oder was, da sieht man viel, viel mehr, dass ich auch nur ein stinknormaler Mensch bin, der auch einfach isst, trinkt, mal Netflix schaut, äh, keine Ahnung, mal auf YouTube irgendwas macht und natürlich arbeite ich auch und mache da auch Storys dazu, aber da sieht man halt noch mal viel mehr, dass ich da auch nicht nur arbeite, sondern halt auch einfach ganz normale, äh, Dinge mache, die jeder andere auch macht, zum Abschalten, zum Relaxen und so weiter und das ist auch so, so, so ein, so ein Punkt, wo, wo ich einfach immer mehr merke, dass je mehr Content du machst, aber je mehr Content man macht und man ist immer eben in diesem, äh, in dieser Bubble halt, ich mache nur Content, wenn ich gerade mir Lust und Laune dazu ist, sonst mache ich kein Content, ja, und dann ist es halt klar, dass alle Videos so aussehen, als ob ich permanent voll, voll auf Draht bin, wenn ich richtig geil drauf bin, aber das ist halt immer nur dann, wenn ich Videos aufnehme, wenn es mir halt wirklich danach ist, ich mache, also ich meine, wieso sollte ich ein Video machen, da bin ich halt ganz ehrlich, wieso sollte ich ein Video machen, wo ich traurig bin, wo ich wüte, klar, vielleicht, ich weiß, ich, also ich kann es mir, ich kann mir halt im Moment keine Situation vorstellen, wo ich das machen würde, vielleicht mache ich das ja in Zukunft, aber ich kann es mir im Moment nicht vorstellen, wieso sollte ich da ein Video machen, dann kann ich, in dieser Zeit spreche ich lieber mit meiner Freundin, mit Familie, mit Freunden, oder, ähm, ziehe mich so ein bisschen zurück, relaxe oder versuche, meinen eigenen Gedanken klar zu kommen und das ist halt so ein bisschen das, was ich gemerkt habe und ich hoffe jetzt mit diesem Video kann ich das auch so ein bisschen aufklären und halt auch erklären, ja, das ist halt wirklich, ähm, ja, ich bin ein normaler Mensch und genauso wie du, ich bin nicht besser, nicht schlechter, ich bin stinknormal wie jeder andere Mensch und hab auch, äh, ja, sag ich jetzt mal, persönliche Probleme oder Probleme, die ich versuche zu bewältigen und, ähm, ja, Probleme sind ja nichts Schlechtes und, ähm, ich hab mal irgendwo ein Zitat gehört oder irgendwie so, so eine Redewendung, dass, ähm, hinter, also, unabhängig davon, ob man jetzt an Gott glaubt oder nicht, hinter, äh, Problemen oder sprich, Gott hat, äh, das Geschenk in dem Sinn oder etwas Gutes oder glücklich sein hinter einem Problem oder in ein Problem eingepackt, irgend sowas ähnliches, keine Ahnung, also ich, ich kann es nicht mehr genau so in Worte fassen, wie ich es gelesen habe, aber das fand ich ganz interessant, sprich, Probleme sind eigentlich was Gutes, weil das bedeutet eigentlich, dass du lebst und dass du eigentlich versuchst, was zu bewältigen und hinter diesem Bewältigen ist natürlich dann auch die Reward, aber irgendwann kommen auch wieder andere Probleme auf dich zu, ob das jetzt auf persönlicher Ebene ist, finanzieller Ebene oder beziehungstechnischer Ebene, gesundheitlicher Ebene und so weiter, da gibt es halt viele, viele Arten von Problemen und davon bin ich auch nicht verschont, ja, also, ähm, das ist definitiv so ein Punkt, da würde ich mal einfach, äh, so ein bisschen schauen und das ist mir auch aufgefallen und das möchte ich auch noch so, äh, erwähnen, so am Rande, ähm, das habe ich halt auch persönlich erst gemerkt und das ist, glaube ich, was, das merkt man erst, wenn man in dieser Situation ist, ja, ich habe vorher, ähm, bevor jetzt der YouTube-Kanal doch schon deutlich größer geworden ist und der Blog, ähm, habe ich viel, viel leichtfertiger Menschen beurteilt, die ich auf Videos sehe, also, andere YouTuber, ja, ich habe mir vorgestellt, ja, sie sind sicher so und so und so und so und dies und das und habe mir halt schon so ein Bild gemacht, das ist ja, ist normal, ist menschlich und, ähm, hat sich ein Urteil gebildet, eine Meinung gebildet über diese Person und mir ist aufgefallen, dass, zu einem gewissen Grad, ich mache das natürlich immer noch, aber, dass ich das immer noch so ein bisschen, äh, noch nicht effektiv als, äh, Meinung sozusagen, äh, niedergeschrieben habe, ich versuche mir das immer vor Augen zu halten, erst wenn ich dann die Person mal persönlich getroffen habe und mit ihr gesprochen habe, ja, face to face, dass ich mir dann erst so ein bisschen dann auch sage, okay, hey, eigentlich ist die Person ja doch nicht so wie in den Videos, sondern wirklich so und so und das ist mir einfach persönlich aufgefallen, weil, ähm, mich Leute zum Beispiel eben nur in den Videos sehen oder nur in den Blogbeiträgen lesen oder in den Livestreams und, ähm, sich dann natürlich ein Urteil bilden und, wenn man sich dann trifft, ja, ist mir dann aufgefallen, dass ab und zu eine Diskrepanz herrscht, sprich, entweder irgendwas, das ich mache oder irgendwas, wie ich bin, so bin ich dann gar nicht, wie die Person das denkt, dann sage ich ihr das und dann sagt sie, ja, eigentlich stimmt das gar nicht oder irgendwie, ähm, oder es ist dann einfach so eine Diskrepanz da, ja, so eine Differenz, ja, ähm, und weil das Problem ist halt, und das ist mir dann nachher wirklich aufgefallen, Videos sind nur ein ganz kleiner Ausschnitt vom Leben, ja, sprich, wenn man sich jetzt dieses 20 oder was weiß ich wie viele Minuten Video anschaut, 15 Minuten Video anschaut, dann ist es natürlich so, dass das 15 Minuten sind, wo ich mich hinsetze, das Video mache und dann im Nachhinein das schneide, aber das sind nur 15 Minuten von 24 Stunden, 15 Minuten von 7 Tagen, 15 Minuten von einem Monat, 15 Minuten von einem Jahr, okay, und natürlich, wenn du das halt, wenn du viele Videos machst und so weiter, aber trotzdem, wenn du jeden Tag theoretisch ein 15 Minuten Video hochladen würdest, ist das nur ein kleiner Bruchteil von deinem Leben, der jetzt online geteilt wird, ja, hoffentlich versteht man jetzt da, was ich meine, und das habe ich jetzt persönlich extrem gemerkt, und ich bin jetzt viel, viel vorsichtiger, wenn ich jemanden aufgrund von Videos, Social Media, Instagram, YouTube und Co., und alles mögliche beurteile, ja, weil ich einfach diese Person gar nicht kenne, sondern nur den Content von dieser Person kenne, ob das jetzt eine Privatperson ist, oder Leute, die ein bisschen bekannter sind, wie eine Personal Brand haben, und so weiter, egal, ja, und da bin ich jetzt mittlerweile sehr, sehr, ich genieße das mit Vorsicht, ja, oder auch zum Beispiel Medien, ja, die genieße ich jetzt auch noch viel, viel vorsichtiger, weil ich einfach weiß, dass, ähm, ein ganz konkretes Beispiel, und das ist jetzt nicht negativ oder positiv, also das ist, also ich will einfach ein konkretes Beispiel geben, das mir halt auch gezeigt hat, was, was sozusagen, ähm, da passieren kann, ja, und das ist jetzt nicht ein schlimmes Beispiel, aber ein einfaches Beispiel, eine Medienplattform hat, ähm, als Kontext reingebracht, und ich habe ja schon ein paar Interviews gehabt, dass ich irgendwie mit 30 die erste Million haben will, was korrekt ist, aber hinzugefügt, dass ich dann in Rente gehen will, ja, und, das ist nicht korrekt, das habe ich noch nie irgendwo gesagt, noch nie irgendwo erwähnt, und noch nie in dieser Konstellation gebracht, ich habe auch gesagt, hey, mit 30 ist eine Million, Nettovermögen ist das Ziel, aber nichts von in Rente gehen, ja, also das war noch nie irgendwie ein Thema, auch auf meinem Blog, habe ich noch nie geschrieben, ich gehe jetzt in Rente mit 30, das ist noch nie ein Thema gewesen, auch auf dem YouTube-Kanal nicht, und das wurde tatsächlich, weil das eine Firma, oder ein Medienunternehmen, so dann präsentiert hat, wiedergekaut, und immer wieder, und das ist dann eine Schlagzeile, die sich praktisch bei fast 80% oder 75% der Interviews immer wieder verwendet worden ist, und ich immer wieder dann im richtigen Interview dann auch gesagt habe, hey, das ist eigentlich gar nicht so, ja, aber die Sache ist halt die, das kommt dann im Artikel, im Interview meistens dann nicht so rüber, und das sieht man dann halt auch an der Schlagzeile oder an den Kommentaren im Interview, und das fand ich dann sehr, auch wieder eindrücklich, wenn man das nicht selber erlebt hat, ja, wenn du mir das erzählt hättest, klar, ich würde es auch so ein bisschen, ich würde es natürlich dann schon auch so bedenken, ja, das stimmt eigentlich, macht irgendwie Sinn, aber wenn man das selber erlebt hat, ja, das ist noch mal eine andere Stufe, und dann nehme ich das noch viel mehr mit Respekt, das heißt, wenn ich von irgendjemandem, egal wer das ist, irgendein Superstar, irgendein Influencer, keine Ahnung was, oder von irgendwelchen Personen irgendwas lese, irgendwo in der Zeitung, oder irgendwo sonstige Medien, und so weiter, berichte, dann ist das zwar eine Information, die kann ich entgegennehmen, und sagen, hey, das hat sicherlich, das macht Sinn irgendwie, aber ich nehme es nicht für hundertprozentig bare Münze, weil ich weiß einfach, dass halt da auch immer so ein kleiner Teil, und das ist, sag ich mal, vielleicht 10%, 5%, 20%, je nachdem, ist eine Diskrepanz dazwischen, also sprich, von diesen Informationen ist nicht, oder niemals alles korrekt, ja, in dem Sinn, außer, außer der Artikel, wäre jetzt zum Beispiel von dieser Person, also in dem Fall von mir selber geschrieben worden, dann wäre in dem Moment, wo ich das geschrieben hätte, wäre in dem Sinn, alles korrekt gewesen, für diesen genauen Moment, vielleicht in zwei Jahren ist nochmal was anderes, vielleicht in andere Bereiche, aber für den Moment war das dann korrekt, weil ich das selber so geschrieben habe, und gesagt, hey, das macht Sinn, ja, klar, könnte man dann natürlich lügen, dann wäre es wieder nicht korrekt, aber, ich hoffe, du verstehst, was ich meine, das hat mir halt auch wieder so eindrücklich gezeigt, dass man halt einfach, aufgrund von fremden Einschätzungen, sowie auch von einer eigenen Einschätzung, wenn man eine Person, egal wer das jetzt ist, noch nie persönlich getroffen hat, dass man da sehr vorsichtig sein sollte, und das hat mir auch wieder diesen Respekt gezeigt, ja, und, dass ich da einfach selber, auch, immer wieder in dieses Schema komme, Leute zu beurteilen, zu urteilen, obwohl ich die gar nicht kenne, ja auch in den Kommentaren, ja, wenn jetzt irgendjemand einen negativen Kommentar hinterlässt, dann automatisch mein Gedankengang geht, dann irgendwie, boah, was ist denn das jetzt für einer, wieso, was macht der, oder hat der das, oder, er ist eine Person, die macht sich Gedanken über das, und dann, das heißt, ich fange schon an zu urteilen, und das ist ja eigentlich falsch, ja, es kann ja sein, dass diese Person gerade in einer schlechten Situation ist, und das jetzt hier einfach auch rauslassen will, und irgendwie sonst im, ja, das ist dann auch schon wieder urteilen, dann denke ich mir halt einfach, hey, ich muss einfach so ein bisschen Respekt vor dem Ganzen haben, und einfach, vor allem, online, ja, wenn man Leute noch nie getroffen hat, einfach nicht urteilen, oder versuchen so wenig wie möglich zu urteilen, das ist sehr schwer, ich weiß, und, das hat mir einfach diesen Respekt mehr gezeigt, und auch diesen, ja, diese Sichtweise auch, ja, ich bin jetzt, glaube ich, ein bisschen abgetrifftet noch, aber grundsätzlich, ich hoffe, ich konnte das Thema so ein bisschen beides anschneiden, dass man halt über das Thema urteilt, und natürlich so ein bisschen auch, hauptsächlich, dass auch bei mir nicht alles immer glatt läuft, ich auch Probleme habe, sowohl privat, als auch im Geschäftlichen, und so weiter, und, ja, ich hoffe, das Video hat euch so ein bisschen Einblicke gezeigt, so ein bisschen auch, wie das Ganze bei mir läuft, ja, und grundsätzlich, dass jeder seine Probleme hat, und, ich mit niemandem die Probleme tauschen will, weil ich einfach meine Probleme haben will, aber, ja, ich hoffe, das hat euch so ein bisschen gezeigt, und geholfen, auch vielleicht, dass eure Situation das Beste aus eurer Situation macht, und, ich bedanke mich fürs Zuschauen, und, wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen, ich kann ja das alles nur eigentlich wegen dem Finanzrudel auch machen, da bin ich auch super dankbar, und ich wünsche euch alles Gute, und wir sehen uns im nächsten Video, tschö Leute. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020